jetzt brauche ich noch was zu essen und in der tasche das nehme ich auf jeden fall zock milone hat das jetzt von mir gekriegt ne ja die habe ich schon lange gepflanzt was dauert halt bis das wächst ja das ist ja nicht das problem so da rein da nach unten ja die kleine muschi limestone so was und stammt rein muss ich hier ziele haben wir auch schon welche ich auf jeden fall mit ich weiß nicht wie es aussieht ich höre sie schon wieder kotzen schlecht jetzt nicht so haben wir ja gleich alles natürlich ich war ja man 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 und warum einfach nur so warum ich habe ich nicht getan da mein freund nein ich weiß nicht 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 dass das nicht reichen mehr an kompost was ich hier habe ich weiß nicht mehr an ich weiß nicht mehr an ich weiß nicht mehr an nein hat sich an du wieder hier ist doch nur um nein kommt dann bin ich nicht das ist mein scharf sagst du einfach so dass er das ist kannst du was anderes beweisen ja dass du das bist vielleicht das bin ich nicht ausnahmsweise bambus ich sehe bambus ich sehe bambus machen auf jeden fall so alles gut alles gut haben wir denn hier noch mehr bambus stehen haben wir schafe wir uns eigentlich später fangen können weil ja auch gleich geben dass das gute gerichte machen können das auf jeden fall ach so jetzt habe ich da hinten keine dinge wenn man merkt dass man noch nicht richtig gute nahrung kriegt ein bisschen dauert das muss halt so viel zu viel essen ja das meine ich halt die schnauze über sich schon weg bin ich gerade in dem wald war hier ja schön und schon wieder dunkel das rattenbaum gewachsen das ist doch gleich die sind in der aufnahme von gar nichts mehr doch wenn ich jetzt die fackel wieder an mache ich meine ist bei mir eine aufnahme dann müssen wir zuerst mitnehmen müssen schon sehr hell schnell raus jahr vielleicht sauber schlafen 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 hier noch ein da kann ich noch mal erweitern so das haben wir schon mal erst mal so wie ging jetzt ins kugel kaputt und das habe ich natürlich steht ist klar mal aufmachen auch über kommst du denn warm wasser also hat nichts kaputt gemacht man hat es ja auch nicht rein gehört der ist explodiert er war aber im wasser und dadurch ist da nichts kaputt gegangen ja ja das sagen sie alle du bist behindert das sagen sie auch alle zumindest ich sag das ach was wir haben gleich eine stunde da ist die wand dann ja jetzt sind so wie große blöcke das ist die felschrung bei gitarren sooo ups sooo 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 ähm kann ich die kappen zwar wieder verändern dann gehen sie kaputt dann gehen sie kaputt den haben wir noch nicht angefangen den auch kaffeltrone kaffeeplantage espresso okay machen wir denn da feine hin ich glaube die mit dem glas ich glaube die ist ganz gut keine volle aber ähm das war doch so naja so noch kalt ich habe noch ein paar kaltblöcke ich habe noch ein paar kaltblöcke dann haben wir auch angepflanzt da habe ich da auch raus gemacht normal so kein SOPSOR mehr nein aber ich kann schon ein gröbel nehmen aber 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 dann habe ich das ich würde sagen ich mache hier ihr soll ja nachher gravel weg hinkommen hätte man vielleicht hätte man es gab in der blöcke setzen sollen ja wenn man darunter baut jetzt zum beispiel sei jetzt mal dann ja warum solltest du denn da drunter bauen unter dem feld einfach nur spaß zu haben um platz zu haben nein das auch zu beleuchten ich kann mir doch rein schmeißen das ist schon mal gut um das zu beleuchten ja aber da kann man der dem sprech nicht aus ja dann wird das hat später ausgetauscht oder geht einiges an gröbel verloren dann ist es egal wegen wir brauchen mcwell mcwell ich bin herrschicht doch mal das war falsch gesetzt spielen falsch gesetzt so ja 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 eine gute idee so machen wir so 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 kleine nischen gesundheit das ja auch noch wieder wieder ich noch nicht wohl schon mal mehr das gab schon mal mehr danke dass ich hier runtergefallen bin das gerne mal so ist ganz klar da fehlt noch ja klar dass es nicht reicht da hatten wir noch mehr so 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 ist das hier nicht so so ja machen wir es halt so 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 da 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 machen wir so fast aber ob das reicht naja was ne mit den kappen tablöcken vielleicht ein halber stick naja klar das muss den kappen da blöcke da sagst du das jetzt schon wieder dunkel ja wird irgendwie schon wieder ahnung minecraft hasst uns ich merk's was geht denn wo ist denn die sonne geht jetzt langsam runter so so das ok hopp dass sie mir hier wieder nicht verbarrel haben wir dann hier 1 und 2 ähm mache ich vielleicht ein voller block hin ja aber natürlich grob schmerz genug was sollte reichen hier ist das lange zone fenster